hallo liebe modellbahnfreunde ich bin es wieder ja ihr erinnert euch noch an das tunnelportal mit der stützmauer die ich aus hartschaum aus styrodurplatten selbst gemacht habe ich habe mittlerweile angefangen vor dieses projekt einen kleinen teich anzulegen leider habe ich vergessen die kamera mit dazu zu nehmen von anfang an deswegen zeige ich euch mal den zwischenstand so sieht das aktuell aus heute morgen habe ich die erste grasfläche mit dem grasmaster gemacht und noch das stückchen fels hervorgezogen was am teich ist noch fehlt ist die detaillierung das heißt werden noch steine gelegt werden noch schilf und seerosen usw werden noch hinzukommen und auch der rand der noch frei ist da kommt etwas höheres gras noch hin mit ja auch ebenfalls schilfstegel die dazwischen hervorwachsen ich würde dann für den rest des baus vom teich da auch noch dann die kamera dazulassen dann hinzunehmen damit ihr das verfolgen könnt vorher entferne ich noch das überschüssige überschüssigen grasfasern von heute morgen bevor ich dann hier den rand mit leim bestreiche und dann mit dem grasmaster längere grasfasern aufstreue bevor ich das allerdings mache kommen werden noch einzelne steine an den rand herum platziert das mache ich dann zuerst also vorher noch abpinseln zu diesem teich möchte ich noch was sagen und zwar will ich euch zeigen was das für ein teich ist der gehört zu diesem set von bush wiese und wald da ist dieser kleine teich mit dabei ist eine transparente folie mit einem mit dem untergrund auf blatt papier gedruckt ja und daneben die bepflanzung dazu gehören auch hier dann diese steinchen die ich jetzt um den teich herum verteile so wie ihr seht ich glaube das reicht mit steinen dann ist noch ein farben vom kleber ja hier seht ich würde sagen nicht ausreichend mit steinen schon fast zu viel ist nur übrig und das waren wir so mini tüte geklebt habe ich die steine jetzt mit alles kleber ja jetzt los sich das mal trocknen und ja dann kommen schmelde ich mich später zurück wenn es ans begrünen geht bis gleich so da sind wir wieder die steine sind mittlerweile fest der kleber ist trocken jetzt geht es dann und bestreuen mit gras faser dafür nehme ich dann wieder meinen also jetzt geliebten tona classic weißlein damit bestreue ich dann die fläche hier rundherum und dann kommt der grasmaster zum einsatz und dann mal sehen wie es weitergeht so fertig begrünt jetzt heißt es wieder bleiben trocknen lassen ja überschüssige gasfasern entfernen und dann geht es an die feinen detaillierung heißt mit all den typischen pflanzen die noch dazu kommen ich überlege gerade noch irgendwie so hier so eine feldweg zu fahrt irgendwie so was zu machen wo dann leute campen da habe ich ein fahrzeug zum offroader und zwar den hier mit dachzelt der würde sicherlich gut so in der gegend vom täusch aussehen der wird dann wohl da in der gegend rumstehen irgendwie mal schauen da wie gesagt wird so eine art schotter weg der dann zum teich hinführt wo dann dieses fahrzeug stehen wird in den teich hinein werde ich wohl noch so ein winzig kleiner so ein kleiner steg oder irgendwas hinbauen mal sehen was sich ergibt ich bin keiner der ist großartig voraus plant und mir geht das immer so während dem bauern kommen dann die ideen und dann auch sofort umgesetzt gut dann ich lasse das jetzt mal trocknen wir sehen uns später wieder so leute und weiter geht's bevor ich jetzt an die bepflanzung vom teich gehe habe ich mir jetzt vorgenommen den kleine zufahrt und schotter weg einzuzeichnen und vielleicht auch zu beginnen dafür nehme ich mir jetzt so geländewagen mit einem fasserfesten edding und mit dem wegen der breite zeichne ich mir jetzt einfach mal den weg an ich kippe mal ein bisschen die kamera runter gefällt mir noch nicht so vielleicht hier zum schotter platz hier so rum hier zurück also ja das gefällt mir besser hier stehen für die breite genau so und dann das auto wird dann wohl irgendwie so das gefällt mir schon so relativ gut jetzt gehe ich hin sträuche den platz und den weg mit leim ein und dann kommt aus dem musch set von giezer und gold da haben diese mischung hinzu gemacht mit aus kleinem steinchen und sand das für solche wege geeignet ist das werde ich dann da aufstreuen auf diese stellen wenn das dann trockenen ist hat sich noch ein bisschen hier gras an grüne ich das noch ein bisschen rundherum und dann erst werde ich den teich pflanzen also brauche ich erst mal wieder meinen tonal weich sein ein pinsel zum bleiben auftragen und dann geht es weiter so das wurde jetzt schön bestreut mit diesem pult war sieht gut aus ich habe jetzt noch mit dem mit einem wagen so reifenspuren eingezogen mal sehen wenn später trocken ist und das überschüssige material abgetragen wurde ob sie dann noch sichtbar sind da bin ich mal gespannt wie gesagt hier rum wird dann noch später begrünt und dann geht es noch an die bepflanzung vom teich dazu gab es in diesem set von busch hier diese zierpflanzen und pilze schild was auch immer alles was dazu gehört ebenfalls diese grashalme das soll entweder weizen oder getrocknete grashalme die dann so um den teich herum platziert werden darstellen laut anleitung von diesem set das werde ich dann später machen oder auch vielleicht sofort mal sehen wie ich lust habe auf jeden fall wenn ich jetzt erstmal das hier trocknen lassen mal sehen wie das jetzt aussieht wenn das auto dann hier drauf steht so der wird dann wird dann hier so später parken mal schauen ob ich irgendwann mal im handel die passenden preise allein dafür finde oder leute vom noch oder sowas so der teich sieht schon mal sehr sehr gut aus wirklich so von der seite flach angefilmt sieht es schon sehr gut aus obwohl die wasserfläche ja kunststofffolie ist transparent sieht das schon sehr gut aus sehr angenehm überrascht bin ich darüber wie das so aussieht ja da wird noch nachgebessert diese halme haben ja nicht im wasser verloren ja ich finde es gut wir sehen uns später wenn der leim getrocknet ist wenn ich das überschüssig material wegnehme und den rest begrünen und dann ich werde diese pflanzen für den teich vorbereiten und die dann auch später dann einsetzen mit eurer anwesendheit bis später so sieht doch gut aus der weg ist gemacht die ist getrocknet das gras rundherum ist gestreut das auto steht auch an seinem provisorischen platz jetzt geht es ans bepflanzen ich habe da ein paar vorbereitet ich störe die kamera jetzt mal so hier rum und dann schauen wir mal wie das mit den pflanzen hier geht die sind so winzig mal sehen ob ich die überhaupt dann fällt natürlich was runter wenn es nicht so ein paar überschüssige grashalme die stören einmal kurz absaugen so und dann wie gesagt hier habe ich dann solche blätter die im teich zu verteilt werden schlägt diesmal provisorisch hinein mal schauen wie ich sie dann schlussendlich die dann später definitiv liegen werden habe ich hier in verschiedenen größen die stängel werde ich noch abschneiden normalerweise sieht man die die ja nicht so mal sehen da eins hin dann hier noch eins so dann noch eins hier so davor mal gucken ja mal gucken ja so wie ihr seht die schilfpflanzen diese teichblätter blumen ich habe da noch einiges zu setzen das wird jetzt hier den rahmen sprengen also so in der richtung jetzt weiter gehen irgendwann in einem folge video wenn es weiter geht dieser seite werdet ihr dann auch das fertige ergebnis hier vom teich auf jeden fall gefällt er mir sehr gut ich bin sehr zufrieden sehr schön ist das geworden ja gut ich würde sagen das wäre es dann für heute gewesen ich bedanke mich für euer interesse für euer zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich über einen daumen hoch oder ein abo freuen bis zum nächsten mal und macht's gut bis dann tschüss abonnen Vielen Dank.